Die Gründung des Bauhauses war ein Paukenschlag der Moderne. Das Alte hinter sich lassen, in eine neue Zeit aufbrechen. Hier wollte man nicht nur innovatives Design und wegweisende Architektur schaffen, sondern auch an einer radikal neuen Gesellschaft bauen. Bis heute ist das legendäre Bauhaus mit Namen wie Walter Gropius, Johannes Itten, Paul Klee oder Oskar Schlemmer verbunden. Kaum beachtet dagegen sind die vielen Frauen, die hier gewirkt und den weltberühmten Bauhausstil entscheidend mitgeprägt haben. Die Geschichte des Bauhauses, wie wir ihn kennen, ist nicht richtig. Wenn man die Frauen integriert, ist das einfach ein kompletter Bild und ein viel interessantes Bild. Das Versprechen auf absolute Gleichberechtigung lockte viele Frauen ans Bauhaus. Fast 500 Künstlerinnen studierten an der legendären Schule und haben hier bahnbrechendes geleistet. Und dennoch stehen sie bis heute im Schatten ihrer männlichen Kollegen. Wir sehen das alles als so hippomoderne Künstler, aber in ihrer ganzen Auffassung eben auch über Frauen, waren die nicht aufgeklärt. Es ist halt 100 Jahre her. Die Bauhausfrauen haben unseren heutigen Blick auf Design entscheidend geprägt. Es ist Zeit, endlich auch ihre Geschichten zu erzählen. Denn sowohl als Frauen wie auch als Künstlerinnen sind sie Vorbilder, mutige und inspirierende Pionierinnen der Moderne. www.sneigerرجite.be.de Untertitelung des ZDF, 2020